Hallo zusammen, mich ist wieder heute Lange, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute gibt es ein schickes kleines Toy, das wir einmal über den Handelsposten erspielen können. Und zwar haben wir hier einmal den feiner, seidiger Sonnenschirm und den können wir, wie ihr unten dran stehen seht, im Jahr 2024 im April aus dem Handelsposten kriegen. Beziehungsweise darauf folgenden Monate wird der sicher auch das ein oder andere Mal drin sein, denn die Items aus dem Handelsposten, die gibt es ja immer mal wieder. Also die rotieren ja so ein bisschen und alle Items, die bis jetzt drin waren, können dann in Zukunft ab und an auch mal wieder auftauchen. Heißt, selbst wenn ihr jetzt den April verpasst habt, könnt ihr ihn irgendwann in den nächsten Monaten sicher auch nochmal auffinden im Handelsposten. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal an, wie das da im Handelsposten aussieht. Also wir sind einmal in SW, quasi an dem Spot, wo der Handelsposten ist, auf den Koordinaten 51, 72. Dasselbe ist dann auch in Ugrima und da müsste dann auch so ein Symbol sein, wo der Handelsposten ist. Wobei, das war immer, das haben sie dann schon weggenommen, aber ich glaube, in Ugrima müsste der irgendwo hier vorne sein. Genau. Und aktuell kann man den halt, wie gesagt, hier kaufen für, ich meine, 2000 Währung, äh, nee, 200, pardon, nicht 2K, sondern 200 hat der, meine ich, gekostet. Und ja, ist ähnlich wie der Sonnenschirm, den wir letzten Monat schon hatten. Den können wir auch einsetzen und dann, wenn wir irgendwo runterfallen, haben wir halt verringerten Fallschaden. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal und gucken uns mal an, wie das Ding einmal, warte mal, wir sehen es, glaube ich, auch so schon, oder? Ah, wir haben ihn auch so schon dabei. Da haben wir ihn. Der ist jetzt halt so gelblich. Und wenn wir jetzt irgendwo relativ weit hochfliegen und dann einmal das Mount ausmachen und runterfallen, dann müsste der auslösen. Ihr seht, da fliegen wir dann so nach vorne. Wir können auch die Richtung quasi ändern. Ist auf jeden Fall ein praktisches Teil. Bleibt dann auch, ähm, für eine Viertelstunde drauf. Und ja, sobald wir landen, ähm, quasi ist das Ding wieder weg. Aber wir haben den Buff noch drauf, ne? Und jetzt seht ihr, haben die anderen Sonnenschirme, also die funktionieren quasi genauso. Die haben jetzt halt 5 Minuten Cooldown. Also ihr könnt quasi immer so einen Buff abhaben, ne? Jetzt können wir das nochmal machen. Ein bisschen fallen, dann habt ihr hier wieder euren Schirm. Sprich, ihr könnt euch damit auch so ein bisschen Goblin-Gleiter sparen. Sind ganz nette Toys. Gibt's in verschiedensten Varianten. Viele sind aus Raven Dress. Und zwei gibt's jetzt halt, wie gesagt, auch schon hier über den Handelsbosten. Der andere, den hatte ich ja schon mal in einem vorherigen Video gezeigt. Das ist quasi hier der Jadegrüne. Der war, glaube ich, grünlich, wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre. Gut, damit, ähm, wären wir dann durch mit dem kleinen Toyguide. Hat mich gefreut, dass er dabei war. Und wenn ihr wollt, schaut euch gerne beim nächsten Video wieder rein. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.